Na, Kollege? Hallo, Papa. Pass einfach auf ihn auf, ja? Löffst ihn so rum. Na, komm. So, jetzt macht er mal Platz. Thomas? Thomas? Hör mal bitte auf jetzt. Thomas, hör jetzt mal auf. Ich hab gesagt, du sollst aufhören. Nein! Hör jetzt mal auf damit! Komm, das reicht. Jetzt wird's gleich wieder warm, gell? Wenn ich's der Mama sagen... Dann. Vielen Dank.